Ich will euch mal zeigen, dass man was nicht unendlich spät einschaltet hat, weil ein Tick höher geht nicht mehr. Ein Tick höher, es geht gar nicht mehr. Das stimmt was, was wir hier herzen. Das ist immer zweimal. Hier ist 8.06.000, 3.06.000. Das ist das hier, das man trainiert, kleinermaßen zu dieser Zahl. Das ist eine bestimmte Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl. Hier steht 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8, das ist ein Linierbezahl. Das ist ein Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl. Das ist ein Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl. Das ist ein Linierbezahl. Ich wäre Second- tablets bezüglich, das ist ein Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl. Das ist ein Linierbezahl, das ist ein Linierbezahl. Ich habe das Leben digital, auch ein Stück drin, 2% Ich habe das Leben digital, auch ein Stück drin, 2% Dann kann man die Bühne auch noch mal machen. Jetzt sind wir noch die Scheinlacht. Das ist ja auch ein Teil des Kusses. Jetzt hat die Kusses 0, das ist ja auch eine Baussehmerz und das ist auch eine sehr schwierige Betriebs. Das hat jetzt eine Zeitung ohne einen Kuss mehr. Das kann man gar nicht finden. Also man kann nicht höhere Zeiten einstellen, also um auf Tag 90.000, man sieht da hier 89.000 sind am Weg, damit man erstmal 500 Minecraft-Tage warten, genauer gesagt sind das 523 Minecraft-Tage, 523 Minecraft-Tage mal 20 Minuten in der Zeit, 10.000 Minuten, das durch Stunden, Stunden sind das 174 Stunden, durch, dann muss man 7,26 Tage warten, also 7 Tage und etwas mehr als 6 Stunden, muss man warten, nimmt man hier auf, also echte Tage, damit man auf 90.000 Tage, also den 90.000 für Minecraft-Tag kommt. Dann muss man mal hoffen, dass ihr euch gefällt, dann gibt man Daumen nach oben, dann gilt es ja, liken, keinen, Abonnieren, bitte keine Dislikes, sonst kommt das Video von mir als Intro für dieses Video. Da gibt es dann noch mehr Basis von Binärzahlen, und zwar wenn ich hier eingebe, dann gibt es dann, set, block, dann groß, bloß die Plus-Taste, da kriegt man diese Klammer hin, das mit der XYZ ist gleich, und dann hier block, und hier 16, und hier 16, wie es dort noch mal nur die Klammer hinbedingungen ist, das ist dann so richtig gut, dass wir da sind, mit der Ecke weiter auch nicht mehr, dann wird es dann da,